Hallo, ich möchte euch gerne ein bisschen unsere Ich bin Expert Club Plattform zeigen. Auf der einen Seite habt ihr die Videos, aber wenn ihr Mitglied werdet, werdet ihr auch Mitglied bei unserer Circle Plattform. Das heißt, hier könnt ihr euch austauschen und vernetzen und natürlich auch kostenlos an unseren Webinaren und Expertenfragenstunden teilnehmen. Wir haben das aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Einmal alles, was ihr über den Club selber wissen müsst, dann könnt ihr hier eure Leute finden, je nachdem du euch in eurer Expert Journey oder auch generell im Leben gerade befindet. Ihr könnt euch vernetzt mit anderen Eltern, ihr könnt zu Fachthemen Fragen stellen. Hier werden wir auch demnächst einige Experten mit an Bord haben, die dann auch wirklich euch die Fragen beantworten können, die vielleicht auf Facebook und anderen Medien nicht so zu finden sind. Und dann, was wir natürlich ganz, ganz stolz drauf sind, sind einmal unsere Verlinare, die könnt ihr als Mitglieder natürlich kostenlos besuchen. Dann unsere Networking Events, das wird so sein wie Happy Hour und mal irgendein Lunch mit einem gewissen Thema oder einfach mal nur quatschen mit anderen Leuten, die in der gleichen Situation sind. Und dann natürlich unsere Experten-Sprechstunden. Hier haben wir Experten für euch zusammen hingestellt zu den Themen wie Versicherung, Schwangerschaft und Geburt, Steuern und Finanzen, Kinderbetreuung, Schule und vieles mehr, die euch dann regelmäßig monatlich zu Rede und Antwort stehen und euch die Fragen beantworten können, die euch am meisten gerade beschäftigen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Mitglieder. Hier gibt es ein Mitgliederprofil, das ihr anlegen könnt. Hier stehen mal eins meines zum Beispiel. Hier könnt ihr euch direkt vernetzen. Wenn man möchte, kann man sich mit anderen auch vernetzen lassen. Man kann einstellen, dass man ein Message bekommen möchte. Hier zum Beispiel bei der Katrin könnte ich jetzt direkt anschreiben oder ich kann auch sagen, ich möchte nur passiv mit dabei sein, ist auch möglich. Hier bei dem Profil kann man sich dann auch gegenseitig schauen, wer ist wo, wer ist in New York, wer ist in Tennessee, wer ist in Texas, um auch seine Gruppe zu finden. Und ich sehe hier, wenn ich draufklicke, noch welche Posts, Comments und in welchen Spaces sich die Person befindet. So sieht es aus. In groben, es kommt natürlich noch einiges dazu. Das wird Tag von Tag zu Tag lebhafter hier und wir freuen uns ganz toll, wenn du auch mit dabei bist. Bis dann, tschüss!